Wo kommt das? Vor uns. Ah ja, ich seh's. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Wieso hat der auf mich geballert, der völlig tot? Oh Alter, ich habe gerade schön im Stream gelesen, was Zippe geschrieben hat. Matze, wo ist der hin? Hinterm Zelt. Wir sind rüber gelaufen zum Pairscan, glaube ich. Ist das schon einer auf dem Felsen? Ja, ich bin schon. Jetzt sind zwei, Klaus. Ich sehe sie. Kommt, ich brauche Hilfe, Mann. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Hau ab! Ich habe nur noch einen Makarzin. Der ist rechts vom Zelt gegangen. Da, wo dies Tarnnetz ist, einer. Okay. Ja. Schieß mal. Ja, warte, ich renne gerade die Mauer hier hoch. Ach, die Felsen hier hoch. Ich wollte auf die andere Seite. Bitte. Jetzt muss man jetzt alles nicht mehr wegnehmen. Oh, hier kommt was? Hier ist was, Benji? Mhm. Hast du eine Granate mit? Nee. Hier sitzt einer. Wir können auch in die Metallleiter runter. Wollen wir aufmachen und reinschießen? Ich kann es auch anders machen. Was hat er erzählt? Er hat irgendwas voice over IP gequatscht. Ach so, ich habe es aus. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Wo ist die Schuhe oder irgendwas? Hier läuft was. Da kommst du nirgends hoch. Ah! Was war das? Ich habe einen erschossen. Naja, mich hast du erschossen. Das war Klaus, ne? Oh! Klaus! Nein! Ich dachte, das ist gäbe. Oh, nee, warte. Ich bringe dein Zeug mit raus, Klaus. Mathe? Meinst du? Ne. Ich bin hier um der Ecke. Wo bist du? Um die Ecke. Ich bin tot. Schmeiß doch nur das scheiß Ding! Explodiere, du Dreckding! Das war's. Ja, die Ecke. Jede Ecke! Das war's. Das war's. Er ist doch so ein scheiß ein habe ich um ihn mal versuchen weg zu rennen du wirst du kannst du nicht sagen wie er hat gesagt so ein bisschen so ein bisschen ach so soll er doch pushen der affe ich renne ich dachte will die quest machen weil ich gesagt jetzt er bereitet sich vor kommt zurück hast du die doof gemacht? ne hat er assi ich hab mir was gebrochen was hat mich jetzt erschossen ich hab so eine übelste gruselmaske alter ghoul heißt die kennst du die? ne warte ich pack sie noch mal rein du guckst den mal an du mach mir mhm die klettert an allem hoch die kennt doch gar nicht ne sag ich doch krass krass die setze ich nachher mal auf Benji Perfektory ja er hat mir in den Kopf geschossen du bist tot? aber schläbe ne schläbe was ist mit dir? wieso ist er so schnell weg? oh sorry alter knall mich durch ab ne ich dachte ich hab dich nicht gesehen deswegen sag ich wo bist du oh ey da holen sie an krass ne wieso war der so schnell alter? ey ich hab ihn nicht mal gehört wie er die Treppen jetzt hoch ran kam und da kam übelst schnell war der weg alter was war da los? die Quests haben wir auf jeden Fall erledigt ja aber doch ob wir halt einen raus sind ist die Frage ne mhm cool nö ich sage doch was ist denn jetzt hier jetzt jetzt ist auch irgendwie ganz komisch gestartet ja wahrscheinlich weil ich mit alten F4 da irgendwie beendet hab bei mir auch ganz komisch dann kam wieder dieser blöde Launcher wo dann wieder BattleEye startet sonst nie ja ja läuft nicht was denn die warte mal ne doch da ist was hier ran das war's da ist was ja anders war's dann wahrscheinlich doch nicht oh 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 hey über uns da ja ich sehe jetzt Schatten das war schon noch was für links mhm hast'n? ne logisch nicht ich hab'n jetzt hast'n du hast'n ohne Granate ich hab'n ja genau nen Boom davor hingestellt bist davor gelaufen ja also genau vor der Leiter steht da so'n ah tot links bin ich aber erschrocken mit dem scheiß Laserpump einen hab'n nicht er war ziemlich close ja 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 ich fass' es nicht ah jetzt jetzt ja ja was für eine schöne schwere Geburt ja unknown error header close the key ja bei mir passiert noch gar nichts irgendwie doch jetzt unknown error message back end error Es ist ein Trauerspiel. Oh, jetzt kommt Battle Eye Launcher direkt bei mir. Und? Macht irgendwie gar nichts. Das ist doch jetzt. Das Kev hat mich gesehen. Es hat ihm gar nicht gefallen, dass ich hier ins Haus rein bin. Er meckert wie so ein Rohrspitz. Ja, dann komm doch mal her, Alter. Schnauze da draußen. Wir halten uns mal ein bisschen links. Oh, der hat den neuer Shotgun. Yo, sagt er, yo. Yo. Yo, baby, yo. Daddy, yo. Klaus ist unser Daddy, yo. Keine Ahnung, was das bedeutet. Hört sich cool an. Lässig hört sich das. Hm. Mach damit die Tür vor der Nase zu. Ist denn das die Möglichkeit, Alter? Gibt's doch nicht. Ja, das war's dann, ne? Bin wir noch tot? Sinnlos. Wo? Wo warnt der? Kannst du nicht sagen. Also der muss in dem kleinen Pförtnerhäuschen gewesen sein. Da in die Ecke irgendwo. Achtung, Matze, von vorne kommt auch einer. Durch den Durchgang. Durch den Durchgang. Der an dem Pförtnerhäuschen war auch noch. Ja, der hockt da, oder nicht? Ist das ein Scafford, oder ist das nicht der Spieler? Der sah doch ganz anders aus. Komm, den holen wir uns. Spieler, ne? Ja. Klaus, du warst hinter ihm. Ja. Scheiße. Wetter eine Laune schon nochmal verschwinden sich verschwindet meine ich verschwinden sich verpisst sich verschwinden ich bin schon im Ladebildschirm aber mal gucken ich gucke nicht hin ich gucke auf den Stream genau ich chatte mit deinem Chat quatsch mit deinem Chat wolle ich sagen das stimmt welcher ist denn heute eigentlich der 29. ganz freig sein ach ne alter leck mich doch am Arsch wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal